Guten Abend, ihr Herrschaften, und willkommen zurück zu einem anderen Video. Nicht zu einem Let's Play, sondern zu einem ganz, ganz anderen Video. Denn, wie ihr im Titel schon lesen könnt, habe ich eine Let's Play-Übersicht erstellt. Und zwar so von Anbeginn der Zeit, also von meinem Kanal natürlich, bis hin zu den neuesten Projekten, die ja allesamt noch nicht beendet sind. Weil hier Seite, okay, hätte ich jetzt auch Seite hinschreiben können, ist aber auch nicht so wichtig. Manche hatte ich ja keinen Platz, wie hier oder so, oder da. Und Adventure Together läuft ja eh immer weiter. Dadurch kann man das ja eigentlich auch nicht genau bestimmen. Das ist ja auch nicht so wichtig. Ja, ich habe es hochprofessionell eben mit Excel gemacht. Ich könnte das Ganze auch ein paar Formeln da machen, damit das dann automatisch weiterläuft. Aber dadurch, dass ich keine 150 Projekte gleichzeitig habe laufen lassen, ist mir das auch herzlich egal. Ja, hier sieht man mal eine chronologische, ich sage mal, Anreihung hier von dem Ganzen. Da sieht man auch so Mario Kart, wie ich am Anfang einfach nur das Internet zugespampt mit meinen Videos habe. Und zwar haben wir hier mit Minecraft sind 20, oder doch, 21 Videos hatte ich gemacht. Aber irgendwie war das dann 13, 14, 15, 21. Hm. Ja, sind irgendwo welche Videos mal wieder verschütt gegangen und ich habe es aber nicht behoben, das Problem. Werde ich jetzt auch nicht tun, ich fummel nicht in den alten Videos rum. Vielleicht setze ich mich rein und mache mal für die alten Videos ein paar, die neue Beschreibung rein. Vielleicht aber auch nur, ich weiß es nicht genau. Aber das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Hier habe ich jedenfalls auch um drei Tage lang, also hintereinander gesessen. Ich habe auch noch anderes zu tun, außer die Tabelle hier zu machen. Deswegen, also ich habe eigentlich einfach ganz normales gemacht, habe mich nicht sonderlich angestrengt oder so. Also, das habe ich auch so schon abgespeichert, mein Freund. Das hatte ich schon. Nun gut. Ja, und hier sieht man natürlich, Emperor seit Anbeginn der Zeit wird auch noch eine Weile laufen lassen. Minecraft habe ich den Farbverlauf noch nicht bis zum Dezember gemacht, denn ich weiß nicht, wie ihr euch entscheiden werdet. Wenn wir in eine neue Welt gehen, heißt das eine neue Staffel. Ansonsten wird natürlich das Ganze einfach weitergeführt. Ansonsten sind hier unten die ganzen Zeitleisten. Na gut, Spor sieht man auch nicht mehr. Adventure Together sieht man vielleicht noch eine Weile. Man sieht, Attacked Together wird man auf jeden Fall noch eine Weile sehen. Binding of Isaac wird man auch noch eine Weile sehen. Weil ich das einfach kaputt suchte. Battlefield Heroes Together natürlich auch. Let's Flash werde ich auch immer weitermachen. Donkey Kong wird in dieser Reihe hier auch noch bald was Neues kommen. Also, was heißt bald? Bald heißt eben bald was Neues kommen. Und sonst so. Ja, also Mario Kart hier sind glaube ich auch um die 20 Parts in zwei Tagen oder drei Tagen. 28, 29 und 20. Unglaublich. Und drei Tage nachdem hier die alte Staffel aufgehört hat, habe ich die andere Staffel angefangen. Und die geht eben bis heute. Genauso wie Emperor. Aber das ist mein erstes Let's Play, was immer noch andauert. Und das möchte was heißen. Also ich habe hier irgendwo, Moment, hier irgendwo habe ich eine Weile nichts hochgeladen. Aber ich habe mir das mal angeguckt. Und ich glaube nicht so viel, dass das in keinem Monat mindestens kein Video war. Wenn irgendein Video in einem der Monate war, dann heißt das, der Strich muss durchgezogen werden. Das war bei Battlefield Heroes nicht so. Hier habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate nichts hochgeladen. Und dann habe ich Florinin nur dann die ganze Zeit gepeinigt, dass wir mal bitte wieder aufnehmen sollen. Totentun, also dass wir mal wieder aufnehmen. Let's Flash habe ich sogar noch vor GLP und den ganzen anderen angefangen, bloß es hat so ziemlich keiner mehr gekannt. Es ist in der Playlist dritte, das heißt bloß bei mir Let's Internet, weil es zu dem Zeitpunkt noch an sich überhaupt kein Let's Flash gab. Ich habe noch nirgendwo zu der Zeit Let's Flash oder Let's Internet gesehen. Zumindest war nicht in den Vorschlägen irgendwas der Art drin. Ihr könnt ja mal suchen, müsst aufs Datum schauen. Also vor September. Das heißt, ab 31.8. sage ich mal und alle 2011 natürlich und früher. Ansonsten bringt das ja nichts. So, Terraria hatte ich auch eine Weile laufen, bloß es wurde mir ja irgendwann zu langweilig. Ich hatte irgendwann auch mal eine geheimene Staffel von Terraria. Na gut, was heißt geheim? Wir haben schon einige angesehen. Für mich einige. Und die Ehen, die ist auch noch hochgeladen. Ich hatte die Videos nicht gelöscht. Ihr müsst bloß das Video, ich habe keine Ahnung mehr, wo das Video genau war. Also wann das Video irgendwie, wenn die zwei, drei Videos hochgeladen wurden. Zumindest, ich bin bloß dann durcheinander gekommen mit dem ganzen Zeugsgedöns. Also mit der Nummerierung. Habe ich auch im Video gesagt, also nicht gesagt, wahrscheinlich gesagt oder in einer Anmerkung per Camtasia oder per YouTube selber gemacht. Müsst ihr dann gucken, wenn ihr das Video findet. Das Video ist nicht gelistet. Das werdet ihr so leicht nicht finden. Vielleicht werde ich hier irgendwo einen Link einblenden oder so. Auf jeden Fall, es ist nicht irgendwie schlimm, irgendwas an der Staffel. Es ist ganz einfach, ja, nee, es ist irgendwas schief gelaufen und ich will nicht schon wieder jetzt in der neuen Zeit. Also sage ich mal, so ab April, ja gut, das heißt ab April. Ja, also so ab Dezember, Januar 2012 ging es dann bergauf mit der Qualität. Und dann hat sich, also bis hier, dann hat sich noch meine Stimme ziemlich stark entwickelt. Ab jetzt, dann wieder hier so ein bisschen. Also merkt man ja, meine Stimme ist ja nicht mehr so hoch wie im August 2011. Das möchte ich auch hoffen, denn wenn ich mir die alten Videos angucke, ist es schon ein bisschen komisch. Ja, und Binding of Isaac ist jetzt eben das neueste Projekt. Am 12.9. hat es irgendwo das erste Video geladen. Tag it, dann kommt danach 8.9. Black and Ride 2, der Play and Play's True. Let's Play kommt natürlich auch. Das wird wahrscheinlich dann gleich in die Leiste dann mit hier eingefügt. Und ich muss bloß sehen, als was ich das ersetze. Weil soweit ich mir das gedacht habe, war als Paper Mario Ersatz... Ähm, Paper Mario... Banjo-Kazooie habe ich vergessen. Verdammt! Moment, wartet mal, guck. So, gefixt. Kann ja nicht angehen, dass ich hier einen Let's Play vergesse. Ähm, ja. Ich hoffe, ich habe zumindest alles. Falls ihr noch irgendwo einen Let's Play entdeckt, der jetzt nicht hier in dieser Leiste ist. Egal welches, egal wann es war, guckt euch die Tabelle hier nochmal an. Und dann, äh, sagt mir bitte Bescheid, wenn ich irgendein Let's Play vergessen habe. Eins weiß ich, ich habe das, ähm, Let's Together, wo eigentlich ein Play fehlt, aber das ist mir auch dann auch egal. Ich will nicht, das kannst du nochmal umbenennen. Ich nenne es jetzt einfach Let's Together, äh, vom, von, mit Max, vom, äh, von Minecraft. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Ich bin, ich bin so leicht ablenkbar. Ne, also das Let's Together mit Max, das werde ich noch hier eintragen. Das muss ich mir noch irgendwo raussuchen. Das muss ich noch extra eine Playlist machen. Ich habe so viele Plays in letzter Zeit gemacht, weil ich so viele, äh, Let's Plays eben vergessen habe. Und musste auch das Ganze nochmal ordnen, besonders, besonders hier beim Adventure to, äh, ne, beim, hm, Moment, Moment, Moment. Da, Adventure to be Minecraft. Da hat YouTube die ganze Zeit rumgespackt. Äh, ich musste per Hand nochmal die ganzen Videos anordnen. Was aber so toll ist, weil man nicht einfach sagen kann, bitte das Video 1 nach unten. Nein, man kann entweder sagen, äh, aus der Playlist entfernt, nach ganz oben oder nach ganz unten. Das heißt, ich muss erst das erste Video nach ganz unten machen, das zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Und das kotzt einen so an, besonders wenn es viele Videos sind. Deswegen mache ich dann dieses, äh, das nächste Adventure, wenn eins kommen sollte. Ich schätze mal, das wird ein Together, aber es wird trotzdem in der, ganz Adventure 2 oder so, wird es dann heißen. Ist mir dann auch egal. Wird dann, äh, Nummer 3 sein. Und das wird dann wahrscheinlich, kann ja dann eh erst maximal da sein. Wir haben jetzt mittlerweile den 27. September und ehe ich irgendein neues Display empfangen, wird das auf jeden Fall eine Weile dauern. Und was ich, ähm, was ich gerade noch ansprechen wollte. Crazy Machines und Peppa Mario wurden ja beendet. Dafür kamen dann Banjo-Kazooie und Binding of Isaac. Spore wurde auch beendet. Da weiß ich aber auch nicht gerade, welches Display ich dafür angefangen habe. Äh, ich glaube, das war Black & White 2 Preys Rue. Äh, müssen wir nochmal gucken, wie viele Let's Plays habe ich eigentlich mit da im Laufen. Emperor muss ich, da muss ich mal wieder, äh, aufnehmen. Das kann ja auch nicht angehen, dass ich jetzt ewig nichts mehr hochgeladen habe. Ansonsten haben wir ja im September keine Videos, das geht ja nicht. Wie hier. Ja, ich hab, am, ähm, Lego Reisers hatte ich ja im September überhaupt nicht hochgeladen. Ich glaube, das war aber, äh, Lego Reiser 2 zuerst und dann Lego Reiser 1. Keine Ahnung, müsst ihr, müsst dann selber in die Playlist nachgucken, wenn es euch interessiert. Hier kann man auch nochmal hinschreiben, dass es am, äh, dass es 2011 war. Das weiß ja keiner. Na gut, das weiß schon, schon, wissen schon alle, wenn sie mal in die oberste Zeile gucken. Aber man kann es ja trotzdem mal hier eintragen. Ganz einfach der Ordnung halber. Gut, dann müsste das aber auch so okay sein. Ja, also ich hab ein Blatt in Battlefield Heroes. Das kann, braucht man, braucht nicht als eingeständiges Projekt zählen, denn Flori findet irgendwie eh kaum Zeit. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöde. Oh nein, sehe ich einfach mal, ich spalte ein bisschen breiter. Dann haben wir das auch. Hm, was haben wir denn noch so zu erzählen? Ja, also Emperor, wie gesagt, dauert noch eine Weile. Minecraft wird wahrscheinlich auch noch alles weitergeführt, muss ich auch mal wieder hochladen. Aufgenommen habe ich ja schon. Ähm, jetzt Flash habe ich auch noch einiges. Glaub ich, ein paar übrig. Oh, Paper Mario ist eben ein Nütz. Crazy Machines auch. Spore auch. Spore, wie gesagt, weiß ich nicht, welches. Doch Black and White 2 müsste das sein, wenn das so direkt, fast direkt hintereinander ist. Come on, deswegen habe ich so eine Tabelle gemacht. Ich wollte nämlich mal sehen, für was jetzt eigentlich was war. Und da ist Crazy Machines eben und Paper Mario eben für das beides. Das Take It Together ist anstatt von dem normalen Together mit Max. Also das als Praktisches auch, das wird nur pausiert. Nun gut, Adventure Together kann man auch nicht als einstehendes Let's Play sehen. Jo, wenn ich das mal so betrachte, dann habe ich gerade eins, zwei, ähm, drei, vier, fünf. Let's Plays laufen. Fünfeinhalb, sagen wir es mal so. Natürlich lade ich die nicht alle regelmäßig hoch, aber ich versuche es möglichst so viel zu wie möglich hochzuladen. Letzte Zeit kommen mir viel Black and White 2 Plays through, weil ich ihn fertig haben will, damit ich Black and White 2 anfangen kann. Aber ich setze mich jetzt ran und lade dann mal, ähm, Binding of Isaac habe ich eh noch 500.000 Videos übrig. Ich, Minecraft muss ich noch weiter hochladen und Emperor, doch Emperor hatte ich auch schon aufgenommen. Ach Gottchen, werdet ihr jedenfalls sehen. Ich werde jedenfalls das Video jetzt erstmal raushauen. und nicht vergessen, hier oben ist der, äh, Link zum Cerrarian-Let's Play. Oder da unten, oder links, oder rechts. Mir scheißegal. Irgendwo werdet ihr das jedenfalls sehen. Jo, wenn natürlich die Werbung ausgemacht hat, dann könnte Anzeigen natürlich ausgemacht, dann könnt ihr das natürlich nicht sehen. Das ist mir dann aber auch egal. Wenn ihr jedenfalls das sehen wollt, dann, ja, dann klickt es eben an. Sind eben nur drei Parts und der eine Part ist zum anderen verlinkt, anders kommt er dann nicht hin. Gut, also wir sehen uns später. Ich hoffe, ihr habt ein Abo dagelassen. Wenn noch nicht, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Das, äh, kostet ja nix. Und, ja, dann, darüber freue ich mich eben und ich freue mich auch übrigens über jeden einzelnen Kommentar. Wenn es nicht gerade sowas wie Frise ist. So, hier kann man natürlich Weiß nehmen. Das ist doch... Hm, also, betrachten, geht mal, macht mal auf Vollbildschirm, stellt mal auf HD und geht mal von oben hier ran. Geht mal, dann guckt mal von oben hier auf dieses Feld. Okay, jetzt nicht mehr, aber guckt mal auf dieses Feld hier. Und dann geht mal näher ran an Bildschirm. Ich glaube, ihr hört das auch durch Mikro. Aber macht's mal. Aber das ist mir jetzt auch egal. So. Jetzt ist es wieder normal. Gut. Ja, ich werde, wie gesagt, nochmal das Together hier einfügen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich sehe euch hoffentlich in den Kommentaren. Also, bis dann, Leute. Haut rein und tschüss. Und hier noch ein kleines, lustiges Extra-Video. Und hier noch ein kleines, lustiges Extra-Video. Und hier noch ein kleines, lustiges Extra-Video. Und hier noch ein kleines, lustiges Extra- pintor und drei viel drauf. Untertitelung des ZDF, 2020